Mit dem Fahrrad nach St. Petersburg. Ja, richtig gehört. Genau das haben sich vier Freunde aus dem Landkreis vorgenommen. Drei Mühlener und ein Barkumer bereiten gerade intensiv diese Tour vor. Am 15. Juni geht es los. Die Tour ist eine von mehreren Jahresetappen mit dem Ziel, den längsten Radweg Europas zu befahren. Und das sanierte Dammer Freibad eröffnet am 26. Mai. Bis dahin werden noch letzte Arbeitsschritte erledigt. Die Eintrittspreise bleiben wegen der verkürzten Badesaison im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Am Sonntag um 16 Uhr feiert das Dschungelbuch auf der Freilichtbühne Premiere. Alle weiteren Aufführungstermine findet ihr auf der Homepage www.freilichtbühne-lohne.de Ich wünsche euch ein schönes und vor allem sonniges Wochenende. Am Sonntag um 16 Uhr feiert das Dschungelbuch auf der Urge